Was für eine Insel. Einfach wunderbar. Eine Perle. Henry Kulamann, Premierminister der seit zwei Jahren unabhängigen Inselrepublik Orkantros, wurde heute bei einem Attentat schwer verletzt. Was ist mit meinen Kollegen? Mr. Arlert und Mr. Tempel sind seit drei Tagen verschwunden. Verschwunden? Spurelos. Ich höre den Mann an. Wenn er wirklich was über Arlert und Tempel weiß, kann ich Pranko und meine Leute von der Botschaft benachrichtigen. Sollen die sich drum kümmern. Ich bin noch nicht schimpensbund. Ich nehme an, Sie wissen etwas über das Verschwinden meiner Kollegen. Hören Sie. So harmlos wie ich annahm, sind die Herren wohl doch nicht. Da müssen wir ein Stoppschild setzen. Das ist der achte Tag. Acht Tage kein Licht, kein Wasser, nicht zu essen. Da denkt jemand, wir wollen unsere Nasen reinstecken. So, die wollen uns stumm machen. Entweder sind sie umgewacht worden und wir kommen zu spät oder jede Minute läuft gegen uns. Los, komm! Gib her! Heinz! Harry! 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 Halt! Aha! Auf! Halt! 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 Bis zum nächsten Mal.